Nein! 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 Ich schicke. Achte auf die Briten. Verstanden. Schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereithalten! Oh, Verstärkung! Neidmeter Platz! Schnell! Hier ist Bravo 7-1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. Ah! Ah! Boah, Alter! Mir wird gleich übel! Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von... Hörst du den... Hörst du den... Äh... Mir geht's gut. 2-0! Zu mir! Hörst du den... Hörst du den... Modern Warfare 2? Hörst du den... 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 D binding magnificierend empf gewonnen, dieser Kacke. Komm ich hier rein? Kein Glück. Shit. Verschlossen. Such nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Verdammte Scheiße. Binde Materie. Was siehst du? Ein Blutbart. Armer Kerl. Hab ein Seil. Das ist dein Anfang. Such weiter. Gut, dann gibt es hier auch noch was zu finden. Metall. Hab ein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Ja, lange Übung. Gut, und jetzt habe ich irgendwie sowas, damit ich die Tür aufmachen kann. Gut. Dann mal gucken. Aufstimmen. Komm schon. Auf damit. Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut. Halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Ja, fuck, sie sind in der Nähe. Gut, hier ist nochmal Metall. Oh, Scheiße. Sie killen jeden, den sie finden. Fuck. Ich muss mich beeilen. Wir sind hier in der Nähe. Ich will das Kind und bring es hier weg. Ja, los. Komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Grace. Und was haben wir hier? Wir holen die für's Kartell arbeiten, was? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. Die sind die Korrupten. Töten alles und jeden, nur um uns zu finden. Ihr seid die Korrupten. Zum Teufel aber auch. Porpentio. Las Jogas. Uno. Na, keine Ahnung, was ich dir gerade gesagt habe. Was ist hier? Stirnlampe. Hab ne Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von... Ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Gibt's was Neues? Die Söldner töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Tyrannei. Sie werden büßen. Meinst du, wir bekommen grünes Licht, um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht, Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Was ist denn mit Captain Price? Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier, oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Aber ich traue ihn. Ich traue dem Captain. Er wäre hier, wenn er es wüsste. Pass auf, wem du traust, Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, befluchte Scheiße. Ah, Scheiße. Was ist alles da los? Ich sehe nach. Oh, fuck. Schnee hier rüber. Komm schon. Komm. So, los, los, los. Ich sehe hier nichts. Bleibe hier. Ah. Fuck. Scheiße. Wie ist die Lage? Mir geht's gut. In einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. Okay. Vielleicht siehst du was zum Angeben hierfür. Mein Norden. Brustgold. Ähm. Warte, was? Die Kirche ist im Norden der Stadt. Nein, ich wollte doch was antworten. Na gut. Was ist hier? Paraffin. Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Ja, da vorne sehe ich sie. Auf euch zu wehren. No resisto, comprende? Escuchame, Cabron. Estas cometiendo un error muy, muy grande. Ihr arbeitet gern für die Narcos? Wegen der Kohle? El dinero, hombre? Por favor, por favor. Scheiße. Grace treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Frichter, Geschworener und Henker. Alles schlimm. Egal was. Es ist schlimm. Das ist gut für eine Ableitung. Das würde ich mich nicht anlegen. Wir sollten die weiße Fahne hissen und reden. Sonst enden alle tot. Hast du Schiss, Mann? Ich hab keinen Schiss, Bro. Aber ich bin auch nicht blöd. Tut sich da was? Hier ist es ruhig. Die Narcos sind aus Dodge verschwunden. Aber die machen mir eh keine Sorgen. Ich dachte, du hättest keinen Schiss. Sich zu sorgen ist was anderes als Schiss zu haben. Ist alles dasselbe. Nein, ist es nicht. Ist was völlig anderes. Ich sag dir, was ich nicht von diesen Typen verrückt mache. Willst du mir erzählen, wenn du der Kante mit dem toten Kopfgesicht begegnest, bleibst du cool? Du hast recht, vermutlich nicht. Denn im selben Moment wärst du schon tot. Da hat er recht. Ghost würde schon hier sein und dann ihn töten. Und jetzt bist du abgelehnt. Was zum Teufel? Geh schon. Flasche geworfen. Hat super funktioniert. Sag ich doch. Hör auf mich und du lernst vielleicht was dazu. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Für was denn? Oh, hier ist eine Falle. Deine Mausefalle. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Keine Luftschlag, aber es wird genügen. Ich kann noch nichts bauen. Noch nicht Neues. Okay. Ich finde eine scharfe Waffe. Da sag ich nicht nein. Gut. Lass mich erstmal hier reingehen. So, was gibt's hier? Ist das hier Chemikalien? Hab Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Ist hier eigentlich frei oder was? Oh, der Typ. Wer macht mal hier zu? Ich war nie da. Brody, ich war nicht da. Gut. Ei, ei, ei. Haben auch alles umgeschmissen. Wie sieht's nicht schön aus? Warte. Rauchbombe werfen. Schnell, 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 schnell. Okay. Hier, hier lang. Wer suchet, der findet. Oh. Alter, ich brauche die Taschenrumpe. Ähm. Fuck. Ich muss eben weinen. Gut, hier lang. Ähm. Was ist sie? Scheiße. Sie sind in der Meerherr. Ist noch mal Bindenmaterial. Komm, komm, komm. Oh, je. Was ist denn hier passiert? Ghost. Fehlt dir ein Messer? Mehrere. Hab, glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier allangekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Sie sind weg. Bin dir wohl ans Herz gewachsen, oder? Bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht im Geringsten. Hast immer noch viel Boden vor dir. Ja, und ich muss hier aufpassen. In der Bache ist die. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier nicht rausspringe, dass es da... ...die mich direkt sieht. Nee, ist hier hinten. Gehört. Auch noch ein bisschen Sprengstoff. Wer sucht und erfindet. Ah, ich kann nur noch nicht um. Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Ja. Lieutenant. Die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hat ne Stolperfalle gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Gefällt mir. Dachte mir, dass dir das gefällt. Also ich könnte ihn... Ich könnte ihn hier herlocken. Warte mal. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, das sind mehrere. Nee, komm, lass mal. Lass mal, lass mal. Gehen wir nicht da lang. Besorgt hier eine Wache? Ach, ich muss dort lang, oder was? Was ist hier? Hier auch ein Toter. War wahrscheinlich auch wieder Ghost. Ja, dann muss ich einen töten, Schreckesel. Okay, gucken wir mal weiter. Aber wenn da jetzt zwei sind, dann habe ich halt ein bisschen Angst. Weil da zwei zu killen ist schwierig. Was ist dort hinten? Oh, da sind auch welche. Warte, ich logg mal einen hier her. Oh, was zum Top, was zur Hölle. Fuck, ey. Ich würde ja gerne hier reingehen. Aber hier kann man nicht rein. Ich habe jetzt... Aber wo kommt der auf einmal her? Ich schick dich! Hä? Wo kommt der auf einmal her? Ja, geil. Damit kann ich arbeiten. Keine Ahnung, wo der auf einmal herkommt. Aber okay. So, dann... Also, dort hinten sind viele Wachen. Dann machen wir mal hier. So, und hier locken wir den her. Was zur Hölle. Komm her, Schnucki, Schnucki. Los her, hier. Ah, es hat gebracht. Hä? Ah. Der ist einfach geplatzt. Hä? Wo ist denn seine Leiche, Alter? Brian, hörst du mich? Triff dich mit Ghost bei deiner Kirche. Hörst du mich? James? Kannst du ihn sehen? Geh jetzt dorthin. Ich seh mal nach. Nein. Fuck. Komm schon, McTavish. Fühlst du dich spät? Oh mein Gott, ich hab doch... Ich hab doch gezielt, Alter. James wollte uns töten. Wäre kein Wunder, wenn du etwas durchhängst. Finde einen Serien, der gibt dir einen Schub. Alles noch in Ordnung. Ghost? Alles sicher. Scheint so. Gab's nur eine kurze Schießerei. Aye. Okay, ich bin auf dem Weg. Alles gut. So, dann hier rüber. Ist immer noch hart. Wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Verwisch deine Spuren. Der Rinn aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Du magst mich also doch. Ich mag dich lebendig. Oh, scheiße. Scheiße. Aha. Okay, dann müssen wir hier außen rumlaufen. Und dann hier über das Fenster. Ich geh rein. Einbruch. Jack, nimm was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Sehr schön. Nimm mich doch gerne eine Schrotflinte. Jetzt sind wir am Geschäft. Nice. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Katze, Johnny. Gut. Johnny, Grace legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Ähm, Grace überfolgt viele. Grace und Shepard sind... Ich glaub, die sind beide involviert. Graves und Shepard sind beide involviert. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Ich hab Klebeband. Geklopft irgendjemand? Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? So zu sorgen. Behalt es am besten. Oh, Scheiße. Ich hab irgendwelche Klopfgeräusche gehört. Fuck, ich klopf wirklich mal. Wunderbar. Scheiße. Okay, ganz vorsichtig. Okay, ich öffne. Alter. Tut mir leid, Brudi. Ich kann dir nicht helfen. Was ist hier? Na, verschlossen, oder? Einmal Brecheisen. So. Und aufs Stimmen. Oh, ein Stimm. Jawohl. Schon wieder besser. Guten Morgen, Mexiko. Ich bin im Café. Jetzt geht's mir super. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Ah, die Briten immer mit ihren Tees, Alter. Könnte nichts mehr machen. Entschuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen. Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das wird zweiflich. Dieser Dialog war gerade geil. Nimm doch bitte die Maske ab. Das sag ich dann in Corona. Gut. Dann nehmen wir hier wieder Brecheisen. Und öffnen hier die Tür. So. So. Jawohl. Oh, hier ist ein Safe. Okay. Braucht man bestimmt irgendwo einen Code? Ach, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt nicht großartig hineinsetzen. Und gehen wir mal hier runter. Oh, fuck. Da sind viele. Einer von eins für eins ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuch die Gasse. Ich hätte gerne Schalter empfangen. Die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Oh, Scheiße. Der Tunnel ist geflogen. Moment. Scheiße, was soll das? Komm mal rein hier. Hab dich! Ich weiß, du versteckst dich hier. Und jetzt keiner hat bemerkt? Ist da noch einer? Nee. Alles sicher. Oh Gott. Gehen wir hier lang. Oh mein Gott. Ich hab so Gänsehaut, Alter. Was ist dein Status? Ja, kann ich nicht hören. Nein. Wo muss ich lang? Da vorne. Okay, ich geh erstmal außen rum. Was haben wir hier? Ja, nichts. Also, das hab ich schon alles. Fuck. Scheiße, sie haben mich bemerkt. Ich nehm die bessere Waffe. Er hat nichts mehr. Oh fuck, ich bin in der Sackgasse. Ja, Scheiße. Nein. Nee. Ich weiß, ich kann schon mal nichts. zeihbaację. Ich weiß, ihr sind. Vielen Dank.